Musik Julius Musik ab! Steh auf! Wappen los! Musik 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 38, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier heute beim Büttenabend der Braunschweiger Karnevalgesellschaft von 1872 e.V. Sehr gut. Was erwarten Sie heute von diesem Abend? Ja, am meisten gespannt sind wir natürlich auf die Oka Girls, weil mein Mann und der Papa da mittanzt und da sind wir natürlich am meisten gespannt auf den neuen Tanz, auf die neuen Kleider und ob alles klappt. Was erwartet ihr euch noch von dieser Veranstaltung? Dass viel geschunkelt wird, gesungen und getanzt. Von diesem schönen Abend warten wir, dass wir nachher schön tanzen hier und dass die nachher alle lustig rauskommen und es ganz locker und toll wird. Applaus Ja, aber nicht so geil ist, ne? Endlich wieder... Warte, endlich wieder... Karneval! Ja. K Attila! W-Zi-Zi-Steefe W-Zi-Steefe 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 W-Zi-F-H-E-R-U-R-U-R-U! Torf2-J-F-E-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Berliner Luft, das ist die Berliner Luft, es gibt tausendlose Gründe. Trotz aller Erfolge, menschgebiet zu sein, wird Herrn Jürgen von der Wicke, der Orden Till der Schelme, der Mensch für ihn mit gleichzeitiger Erinnerung zum Ehrensenator, Braunschweig, den 3. Februar 2018, das Präsidium. Lieber Jürgen, Gratulation. Die Menschen, die den Spiegel vorhalten. Quatsch. Uhlen heißt mittel-niederdeutsch Wischen und der Spiegel ist ein anderes Wort für Hintergang. So wie der Jäger, das beim Rindweg die Heldstelle am Marsch auf Spiegel nennt. Also. Die Menschen, die den Spiegel vorhalten. Die Menschen. Die Menschen. Die Menschen.